und damit schön dass ihr heute wieder eingeschaltet habt in diesem video geht es um das samsung galaxy m 13 und die m reihe kennt man ja schon ein bisschen ist meistens eigentlich ja so gut wie immer die günstigste reihe aus dem hause samsung sind eigentlich ja wirklich die standard handys so das minimalste was samsung so anbietet aber eigentlich gar nicht schlecht meistens sehr sehr preiswert und halt ziemlich abgespeckt auch gegenüber der a-version und heute wollen wir uns mal zusammen das m 13 anschauen das müssen analysieren bisschen darauf eingehen was er so kann wo es hakt und was so vergleichbare modelle sind das wollen wir da machen nämlich das würde ich mich noch als kleiner disclaimer erst mal selber ein abo freuen damit würdet ihr mich kostenlos unterstützen das wäre sehr sehr nice support und würde damit würdet ihr mir sehr helfen was dann jetzt auch schon jetzt gehen wir mal ein bisschen auf das handy an sich an das handy hier 6,6 zoll groß also relativ groß tatsächlich gehört zu den größeren handys besitzt ein lcd display ja günstiges handy halt lcd dafür aber mit 90 hat vermutlich was natürlich ziemlich cool ist da mag ich kann nicht maulen weil 90 hat es ist ein bisschen ja es sieht einfach deutlich besser aus amoled wem es tatsächlich doch lieber weil meistens die amoled display auch anderweitig von der qualität her besser sind und natürlich die deutlich besseren schwarzwerte haben trotzdem das handy allgemein sonst nicht schlecht beim display hier leider nur eine auflösung von 266 ppi naja das ist tatsächlich jetzt nicht so das was man unbedingt sehen will so ehrlich muss man schon sein also mit der mit der auflösung kommt man jetzt wirklich kein um das reißt jetzt wirklich auch echt niemanden vom hocker trotzdem kein schlechtes display zumindest für den preis mit 90 hat und der größe eigentlich gar nicht so falsch dort haben wir noch eine kleine süße notch oben ja handschule ist meistens vertretener sieht natürlich moderner aus ist aber auch in ordnung und natürlich ein bisschen dickere balken aber auch sonst soweit ganz in ordnung das handy kommt schon mit android 12 das ist tatsächlich ein ziemlich großer vorteil hat wahrscheinlich auch wieder mindestens zwei große updates kann man sich nicht beschweren würde ich auch als langlebig beschreiben Prozessor technisch kann man natürlich auch nicht viel erwarten natürlich kein snapdragon oder so hier haben wir ganz klassisch wie bei samsung meistens vor allem in der preisklasse ein exynos prozessor exynos 850 8nm verfahren kein 5g der wird kein umhauen er müsste aber reichen der wird auch die 90 hertz befreuen können also es müsste schon ganz smooth wirken dazu das ganze hier in zwei versionen einmal mit 64 gb speicher und 4 gb ram und einmal mit 128 gb speicher und 4 gb ram ganz normal wir haben ja auch noch micro sd karte können wir hier rein tun das ist auch gar nicht so schlecht kann man vielleicht das ein oder andere mal auch brauchen finde ich ganz nice speicherweitern obwohl die meisten werden entweder 64 oder 128 gb normal reichen kameratechnisch hat man hier ziemlich gute auswahl wir haben einen 50 megapixel hauptsensor das müsste so das highlight von dem ganzen handy sein dazu auch noch 5 megapixel ultra weitwinkel und zwei megapixel tiefen sensor ich würde es von allen drei kameras natürlich nicht die welt erwarten aber dann neben endgültigen preis dementsprechend auch nicht sonderlich schlecht bei 50 megapixel sensor der wird schon tun die anderen beiden kameras werden wir jetzt wahrscheinlich eher weniger in der verwendung aber sonst ganz normal die farben von dem handy sind tatsächlich ganz schön ihr seht hier gerade auch wieder die weiße version da oder so in diesem ja auch leichten blaue schimmer finde ich tatsächlich ganz ganz cool muss ich sagen finde ich echt schick dann haben wir auch noch auf der frontseite in dem kleinen punch hole eine 8 megapixel selfie kamera ja spricht tatsächlich auch nichts dagegen ganz willkommen mit hd laut sprecher haben wir natürlich auch 3,5 mm klinkenanschluss das freut mich tatsächlich auch finde ich tatsächlich ein ganz nice feature dass man das auch mal wieder sieht muss ich sagen sieht man tatsächlich in letzter zeit immer selten vermisse ich manchmal auch bei meinem handy ist vor allem in den preis günstigen handys immer mal wieder vertreten finde ich ganz cool ja sonst haben wir jetzt normal weniger nfc die standard sachen halt der fingerabdrucksensor befindet sich an der seite gut so reichen normal müsste relativ schnell sein meistens besser als ein billiger fingerabdrucksensor im display gta wegen lcd auch gar nicht aber trotzdem der akku hier ist relativ groß auch das das ist eigentlich eine der größten stärken vom handy wir haben ja 15.000 milliampere 5000 milliampere kann man mit 15 watt schnell laden schnell und 15 watt naja passt im jahr 2020 nehmen wir ganz so zusammen hier haben wir eher ja ein standard laden das ist jetzt nicht unheimlich langsam aber das haut jetzt wirklich kein vorm hocker vor allem für 5000 milliampere das dauert schon seine zeit bis das voll ist jetzt mal so die haupt fakten von dem handy stärken beschränken sich jetzt tatsächlich wirklich dann auf die 5000 milliampere akku auf das handy also dann auch das laden jetzt nicht unbedingt auf die kamera und auf das 90 hz der rest haut das kein um das aussehen ist aber tatsächlich ziemlich schick da muss ich sagen das finde ich echt gar nicht so schlecht das macht schon ein bisschen was her wirkt tatsächlich nicht ganz so günstig obwohl natürlich grundstoffrückseite und so künftstoffrahmen einzigste was das glas ist ist die front aber im allgemeinen eigentlich ziemlich in ordnung und dem preis technisch auch angemessen ähnliche geräte hier in der preiskategorie die ich so bei 150 euro oder so einschätze werden jetzt ja das m23 wäre schon eine kategorie besser sonst geht es natürlich da von rap me oder so schon welche auch wenn man es in a13 oder so anschaut liegt das natürlich da schon ein bisschen drüber aber das liegt auch so in der kategorie von 150 euro das ist dann ziemlich ähnlich das a13 also wirklich tatsächlich sehr sehr ähnlich das liegt dann bei dem preisbereich vielleicht wird das ganze dann noch ein ticken günstiger sogar ich schätze mal den preisbereich tatsächlich auf 150 euro und den finde ich so auch ganz okay und für 150 euro oder bisschen drunter fände ich das dann auch ganz angemessen auch wenn es von xiaomi für 200 euro schon deutlich bessere geräte gibt ich hoffe das video hat euch gefallen ich würde mich sehr über ein like und vor allem auch über ein abo freuen damit würdet ihr mich sehr unterstützen ich hoffe wir sehen uns auf dem nächsten video wieder bis dahin reingehen bis zum nächsten video bis zum nächsten video bis zum nächsten bis zum nächsten bis zum nächsten